Amazon liefert uns mit den Geräten und der Plattformen das Beste beider Welten. Einerseits hat man eine offene Entwicklungsplattform, andererseits hat man eine Produktlinie, die wirklich überschaubar ist und ausgereift. Dadurch, dass man keine Tablets hat, auf die man aus der Ferne keinen Zugriff hat und genau weiß, mit welchen Geräten man zu arbeiten hat, kann man Apps optimieren, vom Design pixelgenau stylen und weiß einfach, was der Kunde für ein Nutzererlebnis hat. Mit der Platzierung im App Store selber macht man überhaupt nichts falsch. Dadurch, dass die Marke auch durch die Produktpalette jährlich steigt, ist es eine sehr einfache Reichweitenerweiterung. Darüber hinaus bietet der Amazon App Store für Entwickler und auch für die Leute, die im Hintergrund arbeiten, sprich Marketing, Design, wunderbaren Support, was App Store Optimization angeht. Wir haben immer Ansprechpartner, um die Apps möglichst gut zu vermarkten. Amazon hilft an jeder Ecke. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass Amazon App Store vor allem auf Kundenebene ein Sicherheitsgefühl vermittelt. Wenn wir unsere App dort platzieren, ist das einerseits ein Qualitätsmerkmal, andererseits ist es auch für Partner im Hintergrund, die zum Beispiel ein Content platzieren wollen, immer auch eine gute Werbung, also Amazon in Verbindung mit einer Brand zu haben. Dementsprechend ist Amazon mittlerweile eine feste Säule unter den etablierten App Stores und vor allem mit der Produktlinie bei uns.